hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von vorwärts in die zukunft heute möchten wir mit jasmin fahimi über ausbildung sprechen und wie die spd für eine gute ausbildung sorgen möchte und was sie bisher schon dafür getan hat und hi hi so bin ich jetzt drin jetzt klappt ja ja sorry das war natürlich doof dass ich erst die app aktualisieren musste und dann ging es durcheinander aber jetzt bin ich da jetzt jetzt wirst du da jetzt klappt so technische schwierigkeiten gibt es immer sonst wäre es ja nicht live ja herzlich willkommen schön dass du bei uns bist freut mich sehr spannendes thema danke für die einladung viel zu besprechen gibt super viel zu besprechen aber was ich super gerne mache ich frage super gerne erst mal am anfang andere dinge und zwar würde ich mich gerne erst mal als als jasmin kennenlernen weil ich kenne dich nur so vom vom fernsehen oder wenn ich vom bundestag reden von dir höre und mich würde super interessieren wie du eigentlich dazu gekommen bist berufspolitikerin zu werden ja auch ein versehen man stolpert halt so rein naja das fängt an dass man sich für politik interessiert das ist klar da kann man jetzt lange drüber reden da gibt es glaube ich unterschiedliche zugänge ich glaube ich bin schon auch durch meine biografie und elternhaus mit geprägt worden mich fragen um mich herum die welt schafft die welt zu interessieren aber eben auch viel ungerechtigkeit die man eben auch im eigenen kontext aber auch in seinem umfeld gesehen und beobachtet hat dann hat mich halt in den 80er jahren vor allem sehr politisiert die friedensbewegung und dann auch darüber die internationale politik bin dann bei den jusos eingestiegen habe mir aber trotz alledem gedacht ich müsste doch noch mal was richtiges lernen und bin dann erst mal durch ein diplom chemiestudium gang gegangen also bin diplomchemikerin geworden aber immer der politik auch treu geblieben das hat mich dann zur gewerkschaft irgendwie über ein paar umwege gebracht weil ich auch da gedacht habe es ist noch mal ein interessanter zugang so über ja quasi so ein praxisbezug zu haben und politik konkret zu machen und auch da bin ich aber immer auch der partei treu geblieben und insofern hat mich dann irgendwann ein bisschen überraschend aber dann eben auch in aller konsequenz der ruf nach berlin als generalsekretärin dann staatssekretärin unter andrea nahles im arbeits und sozialministerium und auch dann wieder quasi ein bisschen ja fast zufällig die situation dass in meinem heimatort sozusagen vor meiner haustür der wahlkreis für die spd frei wurde weil edelgard bullmann nach vielen jahren auch toller und erfolgreicher politischer arbeit sich entschieden hat nicht wieder zu kandidieren und das hat mich dann halt gereizt zu sagen okay dann gehst du wieder in die erste reihe du hast ja jetzt bestimmt auch glaube ich unfassbar viel stress ich glaube das haben alle politikerinnen und politiker wie gehst du mit dem ganzen stress um also das frage ich nämlich gerne alle gäste die ich hier habe weil ich das super spannend finde wie gehst du mit dem stress rum kannst du entspannen entspannen und wie entspannst du dich oder sagst du jetzt vor allem in diesem ganzen wahlkampf stress gibt kein entspannen danach entspanne ich mich wie ist das bei dir ja entspannen in einer zeit wäre glaube ich zu viel erwartet es ist schon sehr sehr fordernd auch wenn man ja einfach noch mal so viele unterschiedliche termine hat also zum teil konzentriere oder diskussionen zum teil dann eben bei haustür besuchen oder am infostand ganz einzelne gespräche manchmal muss man schon um 6.30 Uhr an einer straßenbahnstation stehen und macht frühverteilung manchmal zieht man abends mit den jusos durch stadtteile und macht eine kneipentour also es sind sehr sehr unterschiedliche termine also art von terminen und das fordert schon sehr aber das macht man ein bisschen so wie einen marathonlauf also da muss man dann halt sich im kopf vorbereiten und dann muss man die strecke durchhalten gibt sicherlich dann auch zwischendurch mal tiefs wo man vielleicht einfach mal tief durchatmen was essen und trinken muss und dann geht sozusagen die nächste etappe los aber im wesentlichen ist es eigentlich so ein bisschen eher die mentalität eines marathon läufers so würde ich das mal beschreiben und das einzige was es dann gibt ist halt die hoffnung hin und wieder mal nach hause zu kommen und sich vielleicht dann doch bei gutem wetter noch mal eine flasche bier auf der terrasse zu leisten und der versuch bevor man schlafen seiten ein gutes lesen um so ein bisschen im kopf abzuschalten das ist aber der entspannung das wirklich ist was würdest du sagen ist das schönste an deinem beruf und dazu auch super interessant was ist das am wenigsten schönsten also das schönste ist natürlich wenn man einfach was machen kann für die leute es sind ja manchmal auch ganz kleinteilige sachen dass man anfragen bekommt wo jemand einfach feststeckt in der behörden in irgendeinem behördenapparat oder in einem verwaltungsablauf oder jemand auch um hilfe ruft weil er einfach in einer sehr desolaten lebenssituation ist das sind so die dinge die einen natürlich berühren und wo man versucht zu helfen auch sich solidarisch zu erklären wenn beispielsweise hier ein harter tarifkampf in einem betrieb läuft und sich dort eben auch noch mal so wirklich so so eine basic solidarität wirklich zu holen und das gefühl zu haben man erstreitet und erkämpft auch mit anderen auch mental was zusammen bis hin natürlich zu gesetzen die man verhandelt und wo man weiß das betrifft tausende im idealfall vielleicht sogar millionen von menschen deren leben man zumindest ein stück weit verändert das sind die ganzen tollen seiten also etwas zu verändern und auch das gefühl zu haben man kommt ins handeln die schlechten seiten sind die wo man dann manchmal tief durchatmet und sich fragt warum tue ich mir das an wenn man halt wirklich ja nicht kritische sondern wirklich bösartige kommentare bekommt manchmal fällt es mir wirklich schwer auf facebook mir das überhaupt alles noch anzusehen weil es ist dann auch egal was man postet es kommen dann einfach immer wieder wirklich schämmige kommentare von immer wieder ein und den gleichen querdenkern oder nazis wo man dann einfach auch keine lust mehr hat sich damit auseinander zu setzen und sich sagt ich bin doch hier nicht der mülleimer der nation ich trage verantwortung ja ich muss dafür auch gerade stehen ich muss das erklären was ich tue aber ich bin nicht der abfalleimer für jedes für jede lust am rumpöbeln und bis hin halt was weiß ich wenn man dann halt nachrichten vom bka bekommt dass man auf irgendwelchen zusammengekritzelten todeslisten steht das sind die momente wo man sich dann wirklich fragt warum tue ich mir das an wie gehst du mit solchen wie gehst du mit solchen nachrichten eigentlich um ignorierst du das weg oder hast du irgendwie eine methode wie du damit umgehst ja sehr schwer also das eine ist natürlich einfach auch anzeigen schalten also anzeigen aufgeben also das polizeilich melden wenn es halt wirklich sehr drastisch ist das zweite ist wenn es halt einfach wirklich offensichtlich kein interesse einem austausch gibt und nicht einfach nur eine kritische nachfrage oder kommentierung ist sondern wirklich eine eine bösartig gemeinte pöbelei dann sperre ich die personen einfach auch das ist mir dann egal wenn sie halt irgendwo anders dann verbreiten die faimi steht für uns nicht für einen austausch weil irgendwo gibt es für mich dann auch grenzen des guten geschmacks und des stils ja und ansonsten muss man in der tat sich manchmal einfach im griff behalten und sagen ich versuche einmal zumindest auch noch mal ein zwei mal ein angebot zu machen für einen austausch durch nachfragen weil ich akzeptiere dass sich vielleicht bei manchen menschen einfach auch ein frust oder eine wut aufgestaut hat und ich ja deren leben und deren perspektive auch nicht kenne und dann eben nicht sofort beleidigt zu sein sondern so eine art innere professionelle distanz zu bekommen und zu sagen ich versuche jetzt trotzdem noch mal auch eine chance zu geben diesen menschen zu verstehen wie gesagt das hat auch alles seine grenzen und ja es ist schon es ist schon auch wirklich ein balanceakt den man da hinbekommen muss und wenn es ganz hart kommt dann muss man sich halt immer wieder selber klar machen warum man eigentlich politik macht und für wen und dann ist auch wieder alles gut werden wir inhaltlich du hast eben gesagt eine der schönsten sagt man dein job ist es gesetze zu beschließen die tausende vielleicht sogar millionen leute betreffen und eines davon hat die spd ja in der letzten legislaturperiode geschafft wo ich behaupte es betrifft viele tausende menschen nämlich die mindestvergütung bei der ausbildung was hat es damit auf sich kannst du uns vielleicht mal kurz erklären was ihr da beschlossen habt warum und wem das jetzt konkret wie helft ja wir haben das berufsbildungsgesetz reformiert haben mehrere gute reformen und und verbesserungen hinbekommen dass es zum beispiel zusätzliche lerntage vor wichtigen prüfungen gibt dass noch mal die definition von lernmittelfreiheit geschärft worden ist dass wir die frage wie ist das mit dem rückkehrrecht nach der nach einem berufsschultag muss man dann in betrieb zurück dass das klarer geregelt ist also da gibt es eine ganze reihe von einzelnen verbesserungen mit denen vielleicht jetzt die mehrheit gar nichts anfangen kann aber die eben tausende von auszubildenden betreffen und eines der großen punkte ist eben die einführung einer mindestausbildungsvergütung gewesen weil wir einfach zu lange gesehen haben dass es ausbildungsverhältnisse gibt die ich glaube auch nicht immer das ziel haben halt wirklich eine qualifizierte ausbildung sicherzustellen sondern am ende des tages halt eine billige arbeitskraft im betrieb zu haben und das geht nicht und deswegen haben wir das halt eingeführt dass wir auch eine gute staffelung hinbekommen haben auch über die ausbildungsjahre hinweg und ich glaube damit halt nicht nur ja signal auch an viele jugendliche gegeben haben deine ausbildung ist was wert sondern ich glaube auch damit deutlich gemacht haben dass wir die attraktivität von beruflicher bildung stärken wollen gibt es etwas was du gerne in dieser legislatur noch beschlossen hättest für den bereich ausbildung und was nicht durchgegangen ist oder sagst du alles was wir durchsetzen wollten in den letzten vier jahren haben wir geschafft nein da würde mir noch ganz viel einfallen beispiel was das mitbestimmungsrecht von jugend und auszubildendenvertretungen angeht oder aber eben zum beispiel eine komplette schulgeldbefreiung für alle berufsausbildung also nicht nur die die im berufsbildungsgesetz verankert sind sondern zum beispiel auch für die soziale und therapeutischen berufe dem endlich einen beruf bundesberufsrahmen zu geben in dem ihre besonderheiten und eigenheiten berücksichtigt werden die eben nicht immer eins zu eins die in der dualen ausbildung aber die eben auch ausbildungsberufe sind und da anerkennung eine bundeseinheitliche verordnung zu haben die diese die diese ausbildung qualitativ sichert aber die ausbildungsvergütung also nicht nur eine schulgeldabschaffung sondern auch eine ausbildungsvergütung auch in diesen berufsbildern sicherstellt das ist zum beispiel glaube ich große reformen die wir die wir bringen müssen und naja und das was jetzt halt eben ins wahlprogramm haben das wäre ganz wunderbar aber völlig undenkbar mit der union das ist natürlich die ausbildungsgarantie zur ausbildungsgarantie würde ich dich tatsächlich noch fragen wollen wie wird das funktionieren also was kann ich mir unter einer ausbildungsgarantie vorstellen ist es dann die spd garantiert dass jede person die eine ausbildung finden möchte dann auch auf jeden fall eine findet oder was kann ich mir eigentlich unter ausbildungsgarantie weil das klingt irgendwie zu einfach als dass das möglich ist aber was steckt dahinter ja das stimmt da muss man technische fragen beantworten aber eigentlich sollte sein gerade gesagt dass ich finde wir brauchen ein umfassendes ausbildungsversprechen an die junge generation wir können uns das nicht mehr leisten dass jedes jahr über 2000 jugendliche in die sogenannten übergangs theme gehen wo zumindest nicht alle von denen hingehören und wir haben inzwischen über zwei millionen jungen erwachsene zwischen 25 und 35 ohne berufsabschluss das ist auch eine folge davon dass eben keine ausbildungsgarantie für sie gegeben hat wie funktioniert das also erstens denken wir uns das nicht ganz neu aus sondern das gibt es schon beispielsweise in österreich und ich finde man sich vieles davon abgucken kann das heißt halt ja es gibt sich jugendliche die müssen zum beispiel einen schulabschluss nachholen sprachbarrieren oder sie brauchen tatsächlich auch eine andere sozialpsychologische oder sozialpädagogische begleitung weil sie vielleicht traumatisierungen suchterkrankungen oder ähnliches haben das also auf einem anderen blatt aber alle jugendlichen die sich um einen ausbildungsplatz bemühen und den nicht bekommen also bis zu art um x keine trotz bewerbungen eine ausbildungs zugesage bekommen die würden dann ein außerbetriebliches angebot bekommen sozusagen vom starten öffentlichen hand und würden erst mal außerlieblich eine ausbildung anfangen anstatt jetzt halt irgendwelche kurse zu machen das heißt sie steigen eine folge aus damit das aber nicht einfach ausbildung zweiter klasse wird wollen wir dann auch dass wir entsprechend kooperationsbetriebe haben in denen es bestimmte praxisteile weiterhin bestehen mit der option jugendlichen möglichst möglichst im ersten jahr auch dann vermittelt werden wenn das aber nicht funktionieren sollte dann muss auch die möglichkeit bestehen dass die ausbildung halt außer betrieblich abgeschlossen werden kann aber kooperation hinbekommen jetzt kann man sich fragen ja warum machen wir das dann nicht gleich von anfang an so viele betriebe haben aber hemmen weil sie vielleicht sagen uns überfordert wir sind nur ein kleiner betrieb wir kriegen das alles gar nicht mehr so abgebildet oder aber weil sie vielleicht auch sagt weiß nicht ob wirklich dieser jugendliche zu mir passt ich habe da sorge ob der wirklich irgendwie sozial kulturell manchmal gibt es eben einfach vorurteile ob das wirklich passend ist und man dann oft diese hindernisse abbauen kann es halt tatsächlich persönliche begegnungen ein persönliches miteinander gibt so funktioniert das jedenfalls sehr gut man sieht dass dort die betriebliche ausbildung nicht abgenommen hat keine konkurrenz dazu ist sondern dass es tatsächlich ein ergänzendes angebot ist plus ich will natürlich aber auch dass betriebe weiterhin in der pflicht bleiben und das heißt man muss das aus meiner sicht wenn man es ganz konsequent macht flankieren mit ausgleichsfonds in den entsprechenden branchen also man könnte jetzt auch sagen umlagefinanzierung aber mir schwebt ja vor dass wir halt sagen so freunde ihr könnt jetzt sozialpartnerschaft leben macht verträge ausreichend ausbildung angeboten anbieten zu einem platz von zb 7 8 prozent der beträchtigten in einer branche und wenn ihr das nicht hinkriegt dann machen wir halt aus von der öffentlichen hand und dann muss es eben eine entsprechende abgabe geben diese abgabe die dann halt eben auch der refinanzierung üblichen ausbildungsstätten die wir dann aufbauen müssen ein weiterer punkt der wahlprogramm steht ist dass die ausbildung in vor allem berufen wie in der pflege und in der erziehung gestärkt werden soll was kann ich mir darunter vorstellen dass die berufe attraktiver gemacht werden oder dass die schulung gestärkt werden soll was kann ich mir unter dem punkt aus dem wahlprogramm eigentlich genaueres vorstellen das eine hat mit ausbildung und was wir gerade eben schon gesagt haben in der pflege haben wir ein bundes pflegeberufegesetz eingeführt das glaube ich viele verbesserungen gebracht hat das muss ich jetzt erst noch ein bisschen einleben und dann muss man es auch evaluieren aber ich glaube das ist ein richtiger schritt und das gleiche will ich im prinzip auch für die erziehungs und die sozialberufe dass wir diese prinzipien verankern grundsätzlich ist natürlich was die attraktivität der berufe angeht nicht nur die ausbildung relevant das ist uns natürlich auch klar sondern es geht vor allem auch um vergütung und um arbeitsbedingungen und da haben wir natürlich in der pflege eine riesen baustelle es ist glücklicherweise auch gelungen dass wir jetzt ein tariftreue gesetz in der pflege eingeführt haben aufgrund des ausbremsens der union leider erst ab nächstem jahr aber immerhin das heißt da ist jetzt schluss mit den untertariflichen entlohnungen aber da muss man weitergehen und es geht natürlich dann am ende des tages vor allem darum dass halt viele zu recht beklagen dass einfach die belastung enorm groß ist weil die personalbemessung nicht stimmt und das heißt wir müssen zu einer besseren personalbemessung kommen auch da haben wir zwar eine untergrenze eingeführt also was an pflegepersonal vorgehalten werden muss die ist aber zu niedrig und das problem ist dass halt viele leitungen von trägern dieser einrichtung ob jetzt altenheim oder krankenhäuser sich halt nur an diese untergrenze halten aber nichts add on machen und was wir dann machen müssen ist glaube ich so eine untergrenze definieren sie höher setzen aber eben einen flexiblen teil obendrauf setzen wo man sagt okay wie ihr das dann zusätzlich einsetzt das müsst ihr dann jeweils in der eigenen einrichtung sehen aber ihr müsst es drauf setzen zusätzlich zu der untergrenze das wären glaube ich sehr wichtige maßnahmen und das heißt natürlich einfach auch dass wir in sehr viel höheren pflegekräfte bedarf haben den man nur decken kann indem wir mehr aus dem ausland noch anwerben als bisher und indem wir halt mehr ausbilden und da beißt sich die katze in den schwanz das heißt wir müssen natürlich da hinkommen dass dann halt eben auch die ausbildung attraktiv ist und insofern sind es viele baustellen aber nicht nur diesen einen schlüssel damit sagen sondern das wirklich ein gesamtmaßnahmen paket was wir brauchen damit eine riesen pflegekrise hineinlaufen ich habe hier gerade neulich gutes gespräch mit mit einer mit der betretung der diakowere gehabt die das auch sehr deutlich so mit unterstützt haben und die zum beispiel mir eine sehr erschreckende zahl gesagt haben 50 prozent der pflegekräfte in deutschland gehört zur generation der baby boomer das heißt die gehen in den nächsten zehn bis zwölf jahren in rente diese lücke auf die können wir nicht blind zulaufen die müssen wir jetzt sozusagen noch doppelt und dreifach durch ausbildung ausgleichen um halt eben nicht in eine totale katastrophe bei der pflege in der in der pflege zu laufen also ein ein wirkliches riesen gesellschaftliches problem das wir derzeit haben wir haben jetzt zwei punkte schon angesprochen die im wahlprogramm stehen zur ausbildung da stehen natürlich auch viel viel mehr ich glaube es wäre jetzt ist würde rahmen springen wenn ich dich jetzt bitten würde alle punkte zur ausbildung einmal zu nennen und zu erläutern aber vielleicht kannst du mir abseits von den zwei punkten noch vielleicht ein zwei andere punkte nennen die du sagst die sind besonders wichtig für eine gute ausbildung ja ich will mal einen punkt rausgreifen wir haben über berufliche bildung gesprochen es gibt natürlich auch noch die akademische ausbildung und da sagen wir halt klar wir brauchen einfach noch mal eine sehr viel größere reform die reform die wir in dieser legislatur mit der union hinbekommen haben die ist zwar in die richtige richtung gegangen aber sie reicht überhaupt nicht der anteil der studierenden die bafög berechtigt sind der anteil der studierenden die aus so genannten arbeiterhaushalten kommen also die nicht akademische vor prägung durchs elternhaus haben der nimmt nicht nur nicht zu sondern der hat sogar abgenommen und das geht gar nicht und deswegen brauchen wir eine große bafög reform das bezieht sich einerseits natürlich auf die einkommensgrenzen der eltern die einfach viel viel höher sein müssen es bezieht sich darauf dass wir neben der erhöhung der bafög setze und des wohngelds dass wir ja jetzt schon in der legislatur verbessert haben aber glaube ich noch mal sehr viel stärker auch die angst vor schulden nach dem studium nehmen müssen und deswegen perspektivisch von dieser von dieser darlehens logik im bafög raus müssen also das heißt perspektivisch zum vollzuschuss beim bafög kommen müssen und das ganze sollte dann halt eben auch mit allen möglichkeiten die man dann hat was noch ich sag mal stipendien oder büchergeld oder wohngeld angeht halt tatsächlich in der gesamtsumme so sein dass es auch wirklich existenzsichernd ist das bafög feiert ja morgen morgen ist das ja auch schon den 50 geburtstag was sind da jetzt gerade eigentlich unterschiede zum bafög wie es von vor 50 jahren war also wir hatten vor einigen wochen mal ein gespräch mit oliver nerger von den jungen hochschulgruppen und er hat gesagt dass vor 50 jahren haben noch viel mehr menschen bafög bekommen als heute wie sieht da gerade der stand aus bekommen noch genug menschen bafög oder würdest du sagen das ist gerade ganz anders als der ursprungsgedanke von bafög eigentlich war nee genau das habe ich ja schon gerade angedeutet das ist auch nicht mehr der fall jetzt kann man natürlich auch sagen okay in den letzten 50 jahren ist ja auch noch mehr passiert also wir haben viel höheren anteil zum beispiel von abiturientinnen und abiturienten so manche behaupten ja schon halt irgendwie deswegen sei das abitur nichts mehr wert das halte ich für blödsinn das ist erstmal ein riesengroßer bildungspolitischer erfolg der vor allem uns zu verdanken ist als der der spd und insofern ist es so dass einfach viele dadurch auch natürlich eine berufsperspektive also eine elterngeneration eine berufsperspektive hatte deswegen die kinder vielleicht auch heute nicht so vom bafög abhängig sind wie sie vielleicht noch vor 50 jahren waren also das gehört natürlich auch zur wahrheit dazu das heißt mein ziel ist ja nicht dass zwangsläufig immer 50 prozent der studierenden bafög bekommen müssen aber mein ziel ist diejenigen die nicht studieren gehen oder abgefühlen vom studieren gehen weil sie angst vor schulden haben weil sie ihren eltern nicht zumuten wollen sich quasi noch jahre hinweg alles vom munde absparen müssen nicht in urlaub fahren kein neues auto zu kaufen vielleicht zwei die gerne studium schicken wollen aber sie für eins leisten können das alles darf es nicht geben und wir sehen halt einfach dass es viele kinder mit abitur aus einkommensschwachen haushalten gibt die sich am ende deutlich geringer für ein studium entscheiden und ich glaube dass das eben nicht alleine daran die quasi geringer haben also so statistische so ein statistischen zufall kann es überhaupt nicht geben und deswegen geht es mir nicht darum wie viel prozent am ende bafög bekommen sondern die frage welchen haushalt betrachten wir eigentlich als förder fähig und das geht schon damit los wäre eine kinder grundsicherung wollen die also tatsächlich haushaltseinkommen betrachten auch danach wie viel förderbedürftig sind und eben nicht wie die union jetzt gerade im wahlkampf rumläuft und sagt ja wir wollen den kinderfreitag freibetrag den kinderfreitag zu erhöhen das hilft nur spitzenverdienern aber nicht einkommenshaushalten die jahreshaushaltseinkommen von unter 60.000 euro haben denen hilft das nicht und das sind aber die haushalte die wir in den blick nehmen müssen und mit einer grundsicherung die dann zum beispiel in der ausbildung und im studium auch direkt ausgeteilt wird an dann jeweils der sich in ausbildung und damit halten die zuschuss ist zuschuss ist mit einem besseren bafög das ein höheres elterneinkommen berücksichtigt damit kriegen wir diese einkommens klassen viel viel stärker in dem das ist mein ziel wir kommen langsam leider schon zum ende des gesprächs deswegen würde ich das gerne noch mal fragen was würdest du dir insgesamt du hast zu jedem thema mal gesagt wie es weitergehen soll aber insgesamt was würdest du dir für die zukunft wünschen also wenn jetzt alles idealerweise läuft wie soll die zukunft für die ausbildung aussehen ganz utopisch ja gott das ist eine frage auf die bin ich gar nicht vorbereitet ja was würde ich mir wünschen naja eigentlich das was ich was ich jetzt schon an was ich ja im prinzip jetzt schon angedeutet habe also ich würde mir wünschen dass jeder junge wirklich frei von finanzsorge und in kenntnis dessen was es alles gibt sich nach seinen talenten und neigungen aussuchen kann welchen aus welche ausbildung er macht ich glaube dass viele junge menschen nach dem berufsabschluss viel zu wenig orientierung haben was sie wirklich für optionen haben das findet in der schule nach wie vor viel zu wenig berücksichtigung sich wirklich selber kennen zu sagen welche neigung talente habe ich und die jungen gibt es da draußen eigentlich und dann halt eben wirklich frei wahlentscheidung haben unabhängig vom geldbeutel der eltern das wäre so die die wichtigste utopie die ich mir wünschen würde und ich bin aber ja auch der überzeugung um dann vielleicht ein thema zum abschluss noch anzusprechen nämlich weiterbildung ich bin ja der auffassung dass wir neben dieser freien berufswahl nach der schule es schaffen müssen dass die menschen egal welchen alters noch mal diese optionen haben dieses diese freie entscheidung noch mal später in ihrem leben treffen zu können also dass ich nicht nur nach der schule ab gehe und jetzt irgendwie so das gefühl habe okay jetzt muss ich mich entscheiden und damit definiere ich den rest meines lebens und das ist jetzt das einzige mal dass ich diese chance habe sondern wir ihnen klar sagen mindestens ein zweites mal in deinem leben eine chance einen anderen beruf zu erlernen oder noch mal ein studium zu machen oder eine fortbildung zu machen was immer deine neigung entspricht also das heißt diesen freiheitsgraden abschluss noch mal ein zweites mal mindestens ein zweites mal im leben zu geben und deswegen will ich ein ums unabhängige bildungsgrund ab einer bildungsgrund absicherung auch einkommens unabhängig ist nach meiner vorstellung von 1200 euro auf die mindestens drei jahre lang greifen kann das heißt eine junge frau die sagt auch mensch mein herz blutet irgendwie für die pflege und ich will in die pflege gehen aber ich kann mir gar nicht vorstellen wie ich das 50 jahre lang machen soll die würde vielleicht viel freier im kopf wenn sie wüsste naja egal ich mache das jetzt und vielleicht mache ich es nur zehn jahre vielleicht mache ich auch für 20 jahre aber ich weiß dass wenn ich was anderes machen will dass ich auf jeden fall noch mal in meinem leben die freiheit habe zu entscheiden und nicht neu zu erfinden das würde ich richtig geil finden das ist jedenfalls etwas was ich mir manchmal auch schon im leben gewünscht habe und was ich glaube was für viele andere auch so ein befreiungsschlag wäre nicht das gefühl zu haben schule muss ich den rest meines lebens definieren vielen dank für das interview und für deine zeit ich konnte viel neues dazu lernen und es hat mich sehr gefreut mit dir gesprochen zu haben und ich danke ein die zugeschaut haben und später zugeschaut haben werden im igtv oder auf youtube und genau wenn du sonst nichts hinzufügen möchtest was ich dich noch nicht gefragt habe ne ich sage nur danke zurück an alle interessierten und an dich dann jähler für deine charmante moderation und wünsche dem vorwärts verlag natürlich weiterhin immer gut informiert zu sein und ansonsten uns allen gemeinsam super wahl erfolg in knapp vier wochen genau vielen dank ich wünsche noch einen wunderschönen restnachmittag und bis hoffentlich bald ja danke tschüss